Schau dir das an, Rettl sich wer kann, vom Prehistorik gilt's, du High-End Fashion. Fashion Fashion, würd ich mal sagen, grüß euch, ich bin der Feier Salamander, heute unterwegs für Rettl 1868, da oben in Villach, vorm Stadtkino, weil da ist heute Premiere, die allererste vom Film, Rettl, wie heißt der Film? Rettl sich wer kann. So, kommt's mit, schauen wir uns an, wer da heute alles umlauft und der Kamera ist übrigens der Volte. Nice, dass du dabei bist, Volte. Wie ist die Stimmung bei euch? Sehr gut. Absolut fein. Woher seid ihr, wenn ich fragen darf? Aus Villa. Genau, Eingeborene. Wer kennt den Titel heute? Rettl wer sich kann. Rettl wer sich kann. Fast. Sich wer kann. Sich wer kann, wer? Rettl. Der Rettl. Was jetzt noch einmal, wie geht's? Rettl sich wer kann. Pass auf, das geilste T-Shirt, was es heute Abend in Villach gibt, ist das da. Auf geht's. Danke vielmals. Auf was gefeißt du dich heute? Auf den Feierabend. Wie ist die Stimmung? Super! Sehr gut. Was hast du denn da für eines? Glühmast. Einen Glühmast gibt's auch. Boah, mir wird das schon kalt. Kann ich tauschen gehen? Das ist lieb. Danke vielmals. Danke auch. Also eins muss ich euch sagen, schlecht geht's auch noch nicht. Schon bevor mir überhaupt eine kommt, das ist das zweite Getränk. Danke. Rettl 1868. Damen und Herren von nah und fern, alle haben den Rettl gern. Ich bin der Laufenthaler. Du hast so schön zackt. Oh, der hat den guten Glühmast mitgebracht. Den guten Glühmast. Das ist auf der Mast. Zumal. Offe ist der Gute. Der Offe. Lass mich durch. Über die erste Reihe. Geht's schon los, Chef? Geht's schon los? Nein, noch nicht. Aber bald. Wir freuen uns schon so. Bist du auch schon nervös? Nein, gar nicht. Natalie ist immer cool, die Natalie. Der Big Alex in der Haus. Servus. Wie geht's? Was erwartest du von heutigen Abend? Ja, leibendes Kinoprogramm, ne? Einen leibenden Film. Weißt du überhaupt, wie der Titel ist von dem Film? Ja, Rettl. Sich, wer kann. Krumms, jetzt geht's los, geht's weiter. Boah, du schaust da gut aus. Wer bist du? Ich bin die Edith. Ich bin die Edith. Und für das Geschäft, aber für den Rettl. Ich bin die Edith. Ja. Wir schauen. Ja. Hast du schon eine Popcorn? Bist sicher. Viel Spaß. Viel Spaß. Aus Lech. Überall her sind sie da. Seid schon aufgeregt? Nervös? Tantissimo, tantissimo. Was hat sie gesagt? Rettl ist international, oder? Rettl ist international, genau. Hallo, herzlich willkommen. Lassen wir die Tieren auf. Bitte ruhig verhalten, Kindern. Bitte nicht laut sein. Woher seid ihr? Aus der Schweiz. Boah, grüß dich wohl. Ja, sicher. Hey, schön, dass Sie da sind. Ja, merci. Das ist aber ruhig verhalten. Ja, wir werden das fertig. Viel Spaß. Ja, wieder schauen, wieder schauen. Die gehen jetzt das große Kästli schauen. Das große Kästli durch rein schauen. Das Kino Kästli. Boah, bist du ein Narrisch. Das ist auch mein Style. Aber deine Schuhe. Da schaust du, gell. Rettl sich wer kann. Stürzt sie einmal zum jetzt. Für ein Foto. Komm, pass auf. Foto ruhig verhalten. Nein, Spaß ist ein Video. Wirklich, nicht schön. Wunderbar. Woher kommt sie? Er ist aus Niederösterreich, ich aus der Steiermark. Aus Bitten. Schau. Grafschaft Bitten. Darf ich bitten? Viel Spaß heute. Danke vielmals. So viel Spannung. Danke dir vielmals. Moment einmal. Das ist das gleiche Muster, was ich habe. Jetzt seh mal ehrlich. Schau einmal. Schau einmal. Sie gibt es da. Sie haben es ja alle. Und du auch. Das ist ein Teil von mein Gewalt. Gibt den zurück wieder. Das ist ja Wahnsinn. Mein Buhr, du. Das ist mein Buhr. Der weiß, wie es geht. Der Thomas Rettl weiß, wie es geht. Schau einmal, wo der sitzt. Schau einmal. Jetzt schau einmal, wo der sitzt. Und jetzt geh einmal die Stufen ein bisschen. Geh einmal runter. Aber flieg nicht dumm. Hast du so einen schwarzen Balken? Da brauchen wir nicht mehr runtergehen. Du, der Radinger Franz. Sagen sie. Deine Homies warten auf dich. Brauchst nicht alleine da vorne sitzen. Komm mit. Du musst hinten runter. Komm mit. Steh auf. Komm mit. Wie in Hollywood da. Die Leute sind gut drauf. Es duftet nach Popcorn. Das ist der Film. Servus. Grüß dich. Freist dich schon? Aber wie. Das wird eine coole Vorstellung heute. Kriegen wir noch einen Platz oder was? Du immer. Meinst du? Mit mir. Mit mir. Gehen wir gleich. Erste Reihe. Jetzt geht es los. Der Chef kommt. Thomas, bist du nervös? Das ist mein Show und nicht seine. Da verwechselt es schon wieder alles. Entschuldigung. Du hast ein gutes Publikum. Das musst du gleich ausnutzen. Ja, genau. Was werdet ihr uns erwarten heute? Ich schaue nicht viel, Mann. Ich habe es aber keine Ahnung. Cool. Viel Spaß, Thomas. Boah, hey. Ein Dokumentarfilm. Ist doch mal langweilig. Das war voll die Gaude. Rettet sich wer kann im Fillerer Stadtkino. Super. Und wie war es? Hat alle Erwartungen erfüllt. Super. Wie war es? Total super. Barbara, wie hat dir der Film gefallen? Mega. Oskar Reif. Oskar Reif, gell? Oskar Reif. Was sagst du? Also echt ein toller Film. Perfekt. Muss ich echt sagen. Grandios. Ich bin begeistert. Absolut. Ich hätte das selber nicht besser gemacht, gell? Nein, eh nicht. Wie hat es dir gefallen? Jetzt komm, sag, wie hat es dir gefallen. Gut, danke. Hast du das Trennspatterle gesehen? Ja, habe ich. Sie braucht ein Trennspatterle. Sie braucht ein Trennspatterle. Das haben wir zusammen kreiert. Guck mal her, guck mal her, zwei von der Seite. Bist du selber zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Ich bin zufrieden, weil der Thomas zufrieden ist. Frag einmal mich. Bist du zufrieden? Das war voll cool. Ich habe gedacht, das wird eine langweilige Doku. Das war unterhaltsam. Ich habe gar nicht gewusst, dass der so viel am Kosten hat. Seid ihr zufrieden selber mit dem Film? Wir sind sehr zufrieden, ja. Wir haben eine richtige Freiheit und ja, wirklich, ja. Eigentlich bin ich sprachlos. Hast du dich vorher noch gar nicht gesehen gehabt? Es reicht jetzt, es reicht und die Kamera nicht mehr ist auch weg. Hätte sie, wer kann. Ich sag hey, ich sag hey, ich sag ho, ich sag ho. Das trägt mich jetzt mal. Untertitelung. BR 2018